Hier präsentieren wir die 5 besten Weinregal-Tests. Lass uns anfangen! Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Relax Dice Weinregal Bambus Dieses hochwertige Weinregal aus großartigem Bambus steht bis zu 6 Flaschen Ihrer Lieblingsweine. Aber dank seiner geringen Abmessungen liefert es zusätzlich karitative Lagerflächen für andere Getränkebehälter. Der Flaschenbesitzer ist aus Bambus gebaut und begeistert auch mit seiner Einfachheit. Das ganz natürliche Weinregal kann mit einfach ein paar Aktivitäten gefaltet werden. Bambus kann problemlos in den Badezimmer- oder Küchenbereich gestellt werden. Nummer 4. Relax Dice Weinregal Klein Flaschenregal Dieser Weinkeller hält 4 Flaschen auf jedem seiner 3 Regale. Es begeistert mit seiner kleinen Einfachheit. Der Weinkeller fastet zu errichten und eignet sich auch hervorragend für Standorte mit wenig Fläche. Auf diese Weise können Sie schnell Stauraum in einem winzigen Bereich schaffen und garantieren, dass Ihr Rotwein angemessen gehalten wird. Durch die gerade Liegeplatzierung der Flaschen bleiben die Korken feucht und auch der Inhalt ist undurchlässig. Das leichte Nussbaumholz passt leise und natürlich direkt in jedes Innere. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Novalif Weinregal für 72 Flaschen Das Novalif Weinregal kann bequem von jemandem eingerichtet werden. Das Flaschenregal kann bei Bedarf mit zusätzlichen Rackkomponenten vergrößert werden. Ein Grad bietet Platz für 6 Flaschen oder alle möglichen anderen Getränkebehälter. Dank des robusten Kunststoffs hat der Weinständer immer ein Firmengelände. Auf der Rückseite sind 2 Öffnungen in das Modul integriert, was bedeutet, dass das Getränkeregal mit Dübeln und Schrauben an die Wand angeschlossen werden kann. Nummer 2. Flaschenregal Weinschrank Weinständer Weinregal Jeder, der eine Weinsammlung hat, sollte sicherstellen, dass die Flaschen richtig aufbewahrt werden. Wir kennen die Anforderungen unserer Kunden, also haben wir den Weinkeller der RW3-Kollektion hergestellt. Hergestellt aus festem Wunsch, sind diese Racks perfekt für ihren Rotwein-Lagerplatz. Die Flaschen werden so platziert, dass der Wein seine Qualität nicht vergießt. Die Regale sind ideal für Wohnzimmer, Schrank, Keller, Garage sowie zusätzlich für die Weinhandlung. Ideal als Geschenk oder einfach nur als Muss für jeden ein Glas Weinliebhaber. Der Weinkeller ist sehr sinnvoll und hält die Weißweinesammlung für jede Art von Veranstaltung sicher. Und die Nummer 1 unserer Liste, Modo24-Weinregal. Wer eine Rotweinsammlung hat, muss einen bestimmten Behälter-Lagerplatz schaffen. Wir verstehen die Anforderungen unserer Kunden, also haben wir den Weinregal der RW1-Serie hergestellt. Hergestellt aus festen Schmerzen, sind diese Regale hervorragend für Ihren Wein-Lagerplatz. Die Flaschen werden so platziert, dass das Glas Wein nicht seine Top-Qualität verliert. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen! Abonnieren unseren YouTube-Kanal!